Hallo, ich bin der Marc. Hallo, ich bin der Michi. Wir sind angehende Baumaschientechniker bei Zeppel in Österreich. Und ich finde unsere Maschinen voll super. Die Maschinen, die wir reparieren, sind echt riesig. Meistens jedenfalls. Wir sind im Lehrjahr mehrere Lehrlinge, darum wird uns nie fad und wir haben immer was zum Arbeiten und zum Lachen. Wir tauschen nicht nur Motoren aus, sondern wir schrauben hier echt noch an den Motoren herum. Ich finde das viel interessanter, weil ich nach meiner Ausbildung eine Ahnung von allem habe. Von Mechanik, Hydraulik und Elektrik. Zeppelin bietet mir jetzt und später viele Ausbildungsmöglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass es für meine spätere Zukunft sehr vervorteil sein wird. Wir haben regelmäßig Schulungen. Da lernt man eigentlich schon viel. Das bringt dir in der Werkstatt noch was und dann in der Berufsschule bringt es dir auch was. Wenn ich Unterstützung in der Berufsschule brauche, bekomme ich die ganz unkompliziert von meiner Firma. Und für gute Zeugnisse bekommt man Prämien. Gelegenheiten, das Gelernte in der Praxis umzusetzen, gibt es bei uns genug. Nicht nur den Speiskurs können wir ausüben, sondern auch den Staplerschein. Und wir fahren auch manchmal auf Montage. Hier bekomme ich nicht nur eine tolle Ausbildung, wir stehen auch Aufschließmöglichkeiten vom Monteur bis zum Geschäftsführer offen. Wir haben jeden zweiten Freitag frei. Das sind ja wirklich lange Wochenenden. Die Gehälter werden immer pünktlich bezahlt. Darauf kann man sich echt verlassen. Besonders gut gefällt mir, dass unsere Arbeitskleidung gewaschen wird und Arbeitsschuhe bekommen wir auch. Und wer es braucht, bekommt von unserer Firma in Fischerment das Top-Jugend-Ticket oder die ÖBB-Vorteilskarte. Hier bei Zeppelin in Österreich fühle ich mich wirklich wohl. Ich werde von allen ernst genommen und gefördert. Und die Grillfesseln und Weihnachtsfeiern sind auch immer ganz lustig. Das war's von meiner Seite. Tschüss! Check it out!